Hallo meine Freunde, ich wollte mich nur kurz melden zur Abstimmung. Die ist jetzt beendet. Wir haben Mittwoch, 0 Uhr 3, um genau zu sein. Und wir haben ein sehr klares Ergebnis, und zwar der HSV gewinnt natürlich, wie zu erwarten, diese Abstimmung mit fast 26%. Darauf folgt Dortmund, Schalke, Gladbach und Mainz mit knapp 7%. Also wir werden auf, als erstes Let's Play auf jeden Fall mit dem HSV beginnen. Aber jetzt kommt die große Änderung. Da auf meinem Kanal Gamepad Hero momentan noch die FIFA 15 Karriere mit Liverpool läuft, und die geht noch knapp 50 Parts, 40, 50 Parts sind das noch ungefähr. Das heißt noch 40, 50 Tage ungefähr an Videos jeden Tag, was FIFA angeht, oder FIFA 15 angeht. Und solange das noch läuft, möchte ich da nicht noch FIFA 16 draufpacken. Das wäre dann schon ziemlich viel FIFA auf einmal auf diesem Kanal, der eigentlich kein FIFA-Kanal sein soll. Deswegen lasse ich das erstmal dort auslaufen. Und sobald das fertig ist, werde ich eine Karriere nicht mit dem HSV, sondern vielleicht mit einem der anderen Teams starten, wie zum Beispiel Dortmund, Schalke, Gladbach oder Mainz. Mal gucken, worauf ich da Lust habe, dass wir dann spontan entschieden. Vielleicht auch ein internationales Team. Und auf dem FIFA-Euro-Kanal wird dann ab dem 24.09. Ich weiß noch nicht, welche Uhrzeit kann ich euch noch nicht sagen, ich schätze mal eher abends, wird dann der HSV regelmäßig laufen. Ich denke mal, täglich dürfte ich hinkriegen. Vielleicht dürfte ich am Anfang Probleme kriegen mit dem täglichen Upload, weil ich da schon ziemlich viel aufnehmen muss, jetzt dann gerade am Anfang, um wirklich täglich eine Folge rausbringen zu können. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich anfangs nicht jeden Tag eine Folge bringen kann, aber es wird dann darauf hinauslaufen, wie momentan gewohnt, dass jeden Tag ein FIFA 16 Karriere-Modus mit dem HSV auf FIFA Hero hochgeladen wird. Und eben sobald das dann beim Gamepad Hero vorbei ist mit FIFA 15, wird dann auch dort eine FIFA 16 Karriere starten. Nicht mit dem HSV, vielleicht mit einem anderen Bundesliga-Club, vielleicht mit einem Zweit-Bundesliga-Club, vielleicht mit einem englischen, spanischen oder italienischen Klub. Das weiß ich noch nicht genau, vielleicht sogar ein ganz anderes Format, vielleicht auch Pro-Clubs oder Ultimate-Team oder sowas. Ich weiß es noch nicht genau, aber lasst euch einfach überraschen. Weitere Infos folgen dann einfach auf diesem und auch auf dem anderen Kanal. Wir sehen uns, bis dann und ciao.